Der Begriff Bodhichitta wird meist als altruistische Motivation verstanden, also als ein Wirken zum Wohle der Anderen. Hier möchte ich es aber übersetzen als zum Wohle aller und selbst mit eingeschlossen. Wenn ich diesen Vortrag nenne, das Unmögliche wagen, so weist das darauf hin, dass es ein sehr hohes Ziel ist, unser Leben und Herz so transformieren zu wollen, bis all unser Denken und Handeln auf das Wohl vieler oder gar aller ausgerichtet ist. Es ist nicht wirklich unmöglich, stellt aber eine lebenslange Herausforderung dar. Seinen Ursprung hat die Bodhichitta-Haltung im Mahayana-Buddhismus. Dabei geht es um den immer wieder zu erneuernden Entschluss, alles zu tun, um vollständig zu erwachen und den Lebewesen von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Dies bedeutet nicht weniger, als vollständige Befreiung von allen täuschenden und quälenden Herzens- und Geisteseigenschaften anzustreben und zusätzlich auch all die wunderbaren Qualitäten wie Großzügigkeit, Weisheit und Mitgefühl zu vervollkommenen, egal was es dazu braucht und wie lange es dauert. Bodhichitta ist die Motivation der Bodhisattvas. Offensichtlich erfordert ein solches Unterfangen viele konsekutive Leben. Für diejenigen von uns, die nichts mit vergangenen und zukünftigen Leben anfangen können, kann Bodhichitta aber auch etwas einfacher formuliert werden. Dabei bleibt es genauso bedeutungsvoll. Möge ich dieses Leben zutiefst verstehen und es in diesem Verständnis entsprechend zum Nutzen und Wohle der Lebewesen einsetzen. Joseph Goldstein schreibt dazu, In der buddhistischen Praxis entwickeln wir ein Gewahrsein der Motivationen, Absichten und inneren Haltungen, die all unsere Handlungen prägen. Zusätzlich öffnen wir uns für die Möglichkeit einer viel weiteren, umfassenderen Ausrichtung, indem wir unser Gefühl dafür, was in diesem Leben erreicht werden kann, ausweiten. Bodhichitta ist ein Sanskrit- und Pali-Begriff, der wörtlich erwachtes Herz oder erwachter Herzgeist bedeutet. Es ist das tiefe Bestreben, aus dem Traum der Verblendung zu erwachen, um möglichst vielen oder allen Lebewesen von Nutzen sein zu können. Die gängige Motivation oder innere Haltung beim Meditieren und in der spirituellen Praxis könnte etwa so beschrieben werden. Wir wollen unsere Probleme lösen und vor allem unsere Schwierigkeiten loswerden. Wir wollen ein angenehmes Leben. Wir wünschen und versprechen uns von der Praxis Glück, Heiterkeit, Gelassenheit und Weisheit, was immer das heißen mag, auf einer Skala von lustvoller Wellness über wirkungsvolle Therapie bis hin zu erhabenen Meditationszuständen. Diese Ansprüche sind verständlich und berechtigt, aber auch ziemlich selbstbezogen. Ich erstrebe all das für mich. In einem Cartoon sieht man eine Frau, die ein Kreuzworträtsel löst. Sie fragt den Mann, der neben ihr im Sessel sitzt, Weltmacht mit drei Buchstaben. Er überlegt einen Moment und brüllt dann Ich. Diese Macht des Ich ist eine gewaltige Schranke, die uns an der Praxis dieser wunderbaren Ausrichtung vom Bodhicitta hindert. Deshalb braucht es großes Interesse und eine ständige Bereitschaft, sich dieser inneren Haltung zu öffnen und die Mittel anzuwenden, die uns zur Verfügung stehen, um sie zu fördern. Welche Praxisformen können uns in Richtung Bodhicitta lenken? Von den vielen Möglichkeiten soll hier nur eine Handvoll angesprochen werden. Voraussetzung ist, dass wir überhaupt fähig sind, uns für Leiden zu öffnen. Und nur in dem Maße, wie es uns gelingt, für unser eigenes Leid offen zu sein, ohne uns darin zu wälzen, sondern indem wir es zulassen, anerkennen und fühlen, wird es uns auch bei anderen gelingen. Der große Artischer schreibt, Wer alles Leiden anderer vollständig zu beseitigen wünscht, so wie er sein eigenes Leiden beenden will, ist ein Mensch mit höchster Motivation. Ein guter Anfang ist es, sich die folgende Ausrichtung zu Herzen zu nehmen. Möge ich Befreiung erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Wir erneuern dies zu Beginn eines jeden Tages und zu Beginn einer jeden Meditation für den Rest unseres Lebens. Je öfter wir uns daran erinnern, desto mehr werden unsere alltäglichen Beschäftigungen, unsere Projekte und selbst unsere gewichtigen Unternehmungen von dieser Motivation geprägt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017